hallo und willkommen zu einem weiteren minecraft video ist jetzt bereits im titel eingeblendet heute darf ich nicht springen in minecraft wenn ich in minecraft einmal springe dann endet dieses video sofort ohne dass ich tschüss sage wie ich in jeden videos mir kommentar mache sondern das video endet einfach direkt sofort ja ok jetzt sagen wir starten direkt aber zuerst müssen uns crafting table machen okay zuerst muss ich ja so was machen habe ich ja völlig vergessen wir haben leider nicht ich wollte platziere ich noch diese ich sollte jetzt platziere ich dieses wirken das war gut dann muss ich das halt so machen wenn du das immer auf dem kraft und selber raus ich weiß nicht ob es jetzt klappt leute so macht man sich eine treppe und klappt nicht doch wartet jetzt haben wir uns hier eine treppe ich bin nämlich mit muss was wir uns noch mehr machen müssen ich habe ich bin zufällig auf so eine challenge gekommen alles klar warum es mit treppen ist hier hoch das zählt nicht leute es bringt nämlich paar mal automatisch okay alles klar hochbau und hochbau und hochbau und hochbau ohne ich komme nicht hoch wegen werden aber ich kann ich ganz jetzt komme ich alles klar platzieren die leiter nicht da platzieren ok leute zu benutzen leute wir müssen uns jetzt wieder mehr holz machen alles klar leute ich weiß nicht ob das jetzt reicht bei dem crafting table ok das reicht nicht weg oder ich habe hier noch andere soll es zur stelle ok alles klar ich jetzt erst mal sagen zack so kraft und zählen bei euch wieder ab ich nehme mit besser gesagt ok ok und hier ist ein kleines baby shop ich meine nun sicher gedacht ist ein baby shop hallo und ich habe jetzt keine zeit mit hier zu spielen ok weil schöne blumen platziert alles klar ok nein ok hier hoch wir haben ja keine treppen mehr eichenholz bretter von daher ist die zwischen sie tun gehen oder das muss gehen verdammt ich brauche zuerst das hier und zack gut ok es gibt keine leiter wahrscheinlich möchte ich muss wahrscheinlich muss ich jemand von dem gleichen holz haben also ist es einfach mal immer mit dem gleichen sagen okay gut dann müssen wir das jetzt ich schätze mal ich brauche doch gar keine leitern ich würde sagen ich gehe jetzt erst mal hier runter die kraft und ich muss ja noch den kraft in zählen mitnehmen für den notfall dass ich noch mehr leitern brauche das zählt nicht leute springt nämlich automatisch aus dem weg die weg die weg verdammt ok den kräftigen müssen wir mitnehmen okay alles klar Shhh